Musik Die Heulsusen aus der Röder Ultra Edition im Vierer Pack Na, jetzt bin ich gespannt Wow, ja, so wie die, na wie hießen sie, Space Jumper von Komet früher Das ist mir gleich die ganze Packung wert Schade, dass es die Space Jumper nicht mehr gibt, aber mit denen haben wir einen guten S.A.T. Wow, schön schrill, wirklich Eine schöne grüne Leuchtspur Sehr ordentlich, wirklich Brauchen nicht schlechter So Und der letzte Der hat ein bisschen Startschwierigkeiten Aber wie gesagt, ansonsten sehr schöne Klops, da fällt er runter Sonst wirklich schöne, ja, heulende Vögel, sag ich mal Wobei da keine Vögel direkt sind Und der kleine Gruppen Untertitelung des ZDF, 2020